Hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sword Art Online Fatal Bulletist Freut mich, dass ihr auch wieder in dieser Folge eingeschaltet habt In der letzten Folge hat Yui einen neuen Bruder bekommen Wer das nicht gesehen hat, sollte unbedingt die letzte Folge wieder einschalten Nun wollen wir uns nun endlich in die vergessenen Wälder aufmachen Da, wo angeblich Lalas Mutter sein soll Ja, interessant Kleiner Fanfakt zu Lala, der Mangaka Ich komme jetzt nicht auf seinen Namen Also der für Tool Love Ru verantwortlich war Der macht übrigens momentan Darling in the France Wer den Anime vielleicht kennt, der läuft gerade bei Crunchyroll Und ich muss sagen, ist einer meiner absoluten Lieblinge aus dieser Season Auch natürlich, wenn My Hero Academia und Food Wars natürlich da weit drüber stehen Aber Darling in the France ist eigentlich schon aus dieser Season momentan so eigentlich mein drittliebster Anime Und auf jeden Fall der Mangaka, was ich lange nicht wusste, denn vor kurzem gab es eine Behind-Szene Also wo es ein paar Hinter... Alles klar Er hat mich paralysiert Auf jeden Fall gab es vor kurzem mal eine Behind-Szene Da, wo es halt ein paar Informationen gibt über den Anime Und da wurde halt unter anderem gesagt, dass halt der Mangaka tatsächlich der gleiche ist Wie von Tool Love Ruhe Also da... Was sind denn das für Monster, Alter? Das sind hier die normalen Spinnen Und die normalen Käfer, um es genauer zu sein Und die vernichten mich hier Das gefällt mir nicht Deswegen sollte ich sie mal schnell ausradieren So, den ersten haben wir da Und der zweite folgt zugleich Ja, wir werden übrigens nur eine Folge machen Und danach werde ich leveln, weil ich mir schon denken konnte Dass dieses Gebiet dann doch etwas stärker ist Wir wollen mal gucken, wie groß das Gebiet ist Okay, ist dann doch ein bisschen größer Aber es geht von der Größe trotzdem Wir wollen uns natürlich in dieser Folge so ein bisschen das neue Gebiet angucken Aufkommen, wer hat es mir... Wow, was? 55? Das ist schon krass Schlag doch zu, Mann Schlag doch zu, Mann Ah, jetzt muss ich erst mal nachla... Oh, oh, da hinten stehen sogar schon Charaktere Ja, und jetzt bin ich gestorben Ja, das Problem halt mit der Bazooka Ähm, dass du einfach viel zu wenig Damage anrichtest So Und ich muss halt erst mal mit der Bazooka erst mal weiterkämpfen Was, der ist nicht gestorben? Ich würde schon sagen, er ist immer noch nicht gestorben Boah, das sind fliegende Viecher Die sind natürlich durchaus Nervtöcken Und was natürlich mit der Bazooka schwierig ist Aber wir müssen halt die Bazooka einfach mal ein bisschen leveln Wir müssen ja jede Waffe leveln Um am Ende die Trophy zu bekommen Vergisst nicht, wir haben eventuell jetzt vor Das Spiel hier auf 100% zu spielen Sprich, die Platin-Trophäe zu erhalten Ich habe ja schon gesagt Die Profilen scheinen jetzt nicht so unmöglich zu sein Auf den ersten Blick Ah, Lana ist gestorben Da helfen wir ihr gleich Aber Killtour hat das schon erledigt Also, ganz klar Das Ziel ist hier erstmal ein bisschen zu leveln Also gegen diese komischen Typen da hinten Kämpfe ich mit Sicherheit nicht Könnte mich mal jemand heilen? Ach, da hinten sind sogar noch Gegner Ich wundere mich schon, was hier abgeht Aber Boah, 60 Also, die Level sind schon Hammer, du Also werde ich wahrscheinlich auf Camp Einiges an trainieren müssen 51 Spieler Na, komm, Leute Genau, Down, Erster Wo ist der Zweite? Oh, da Der sieht ja aus wie Kuri Hauer Deswegen dachte ich auch Das Kuri Hauer, die hilft mir jetzt Pustekuchen Man, was macht ihr denn? Schieß doch die ab Schieß doch die ab, die hier Lippen Boah Boah Wie die fast einfach alles verkackt hätten Und sie haben es tatsächlich verkackt Weil sie einfach nur dumm rumgeguckt haben Bring doch die mal um Down Meine Güte Hat das lange gedauert? So schwer war das nicht? Und die stellen sich ja an Wie die letzten Lappen Aber was mich ein bisschen in diesem Gebiet stört Dass ich halt gezwungen werde An Charakteren mitzunehmen Ich meine, das sind Charaktere, die man schon von Haus aus vorher trainiert Und dann wird man hier gezwungen Charaktere mitzunehmen Also das mag ich überhaupt nicht in Videospielen Wenn ich gezwungen werde Dazu irgendwas zu machen Ich möchte einfach für mich selbst entscheiden Was ich für richtig halte Und nicht, was das Spiel für richtig hält Das kann ich eigentlich überhaupt nicht leiden Ich möchte einfach eine eigene Entscheidungsfreiheit haben Bei solchen Spielen Mann Jetzt hat er wieder nicht seinen Skill aktiviert Beziehungsweise er hat ihn aktiviert Aber hat einfach zu lange gebraucht Also diese Schwertskills sind halt eigentlich nicht so awesome Könnte der aufhören damit wegzurennen Komm, geh krippieren So, da Wunderbar, Gegner besiegt Also es scheint schon ein echt kritisches Gebiet zu sein Ob das wir hier treffen Aber ich versuche eigentlich Ja, auf dem Hauptweg zu bleiben Und nur den einen oder anderen Gegner mitzunehmen Einfach um die Story schnell weiterzuführen Und nicht, dass ich einfach zu lange mit den Charakteren gezwungen werde Schöne Bombe Seltenes Item Aber da werden wir dann richtig am Ende An IP bekommen Aber ihr seht schon Die Gegner sind schon ziemlich krass Also wir sind zwar auf 50 Aber trotzdem Ihr seht ja, was die an Damage ziehen Und da sind gleich die nächsten Aber 47 geht eigentlich Vielleicht Vielleicht komme ich tatsächlich sogar Ja, genau Wo seid ihr eigentlich? Warum steht ihr eigentlich da so Kilometer weit hinten? Und was macht da Kurier Lala Leute, ich liege im Gras und sterbe Es ist halt ein Problem, dass ich mit der Bazooka halt Viel zu wenig Damage anrichte Was ist das Schwert eigentlich? Boah Lauf doch ey Das ist so ein Problem manchmal mit diesem Sprinten Hier seht ihr zum Beispiel, dass er einfach manchmal aufhört zu sprinten Und den muss ich jetzt erstmal noch umbringen Und da hinten ist noch einer Alles klar Und noch einer Und noch einer Alles klar Rastet halt aus So Und du auch noch Und da Der ist eigentlich auch machbar Nein Jetzt wollte ich wieder meinen Skill einsetzen Und genau Genau Und genau in dem Moment weicht der wieder aus Ist klar Genau in dem Moment, wo ich den Skill einsetzen Weicht der aus Seems legit Das Spiel Komm Ah, wieder gestorben Und genau in dem Moment stimmt Lala oder was Ist klar Vielleicht kann ich sie Vielleicht stirbt sie jetzt Und ich kann sie halten Ja Kirito darf mir bloß nicht den Heel wegnehmen Also Kirito ist manchmal schon etwas störend Weil er mir ständig die Heels wegnimmt Da sind immer noch ein paar Gegner Jetzt sind sie wieder ausgewichen Ey, das gibt's doch gar nicht Das ist so zum Manchmal ist der Skill einfach echt zum Kotzen Ähm, manchmal ist der Skill echt zum Kotzen Der macht zwar Gut Damage Wir haben's aber bei dem Bossfight gesehen eigentlich Aber manchmal ist der auch echt schon störend Vor allem bei Gegnern, wo du eingreifst Und genau in dem Moment Weil er einfach eine Sekunde zu lenken Äh, zu lange wartet der Skill Ähm, weihe ich der Gegner noch aus Und du musst ja ein Skill aufs Maximum leveln Um eine Trophy dafür zu bekommen So, schauen wir einfach mal was hier ist Weil es mir so egal was da außerhalb ist Das werde ich den Offcam durchsuchen Unser Hauptziel ist es hier reinzugehen Damit ich auch meine Charaktere wechseln darf So, was gibt's denn hier Oder was ist denn hier so interessantes Tadai ma desu Tadai ma desu Torwächter Yugi Oh! Anspielung Der Torwächter, Yugi Oh! Anspielung Wow! Und der bewegt sich schnell Und hat Lala fast instinkt gekillt Und wieder mein Skill nicht einsetzen Weil er sich in der letzten Sekunde ausgeglichen ist Wie viel leisten hat er eigentlich Was macht mein Charakter? Lala ist tot Okay, Ray hat sie schon Äh, Ray Courier hat sie schon gelebt Äh, ich dachte jetzt würde er knien Und ich wollte ganz eigentlich leicht den Skill einsetzen Aber ich muss warten Bis er wirklich kniet Bevor ich mein Skill einsetzen kann Und ich mache übel zu wenig Damage Schaut euch das hin 200 Schaden Das ist nix Ah, es ist die Bombe auch nicht so gut gehüpft Hab ich versucht selbst Ja, nein, er ist wieder ausgewichen Das macht zwar vielleicht nicht insgesamt so viel damit Aber in der Summe Das ist natürlich schon viel Schaden Leider kann ich euch nicht sagen Wie viel Schaden er momentan schon kassiert hat Weil ich muss mich halt konzentrieren darauf Dass er Schaden momentan nimmt Deswegen kann ich jetzt auch Nicht auf dem Off-Topic-Thema zurückgreifen Hey, da ist eine Kiste Ob doch erst mal die Kiste Alter Genau Nein, warum Warum bewegt er sich denn nicht noch ein Ticken Auf die andere Seite zu So, wie sieht's aus Wow Wir haben wahnsinnig viel Schaden schon angerichtet Aber das Schwert ist halt gegen solche Gegner eigentlich das Effektivste Weil du halt damit eigentlich mehr Schaden machst Ja, Kirito hat natürlich Superskills Und genau in dem Oh, ich wollte jetzt gerade wieder den Skill einsetzen Und genau Hör doch mal auf, dich zu bewegen Wie er sich wieder bewegt hat Er hat sich wieder bewegt Unfassbar Hab dich nicht so wie ein Pussy erhaft Nein, er ist nicht zu stark Wir können ihn besiegen Was seid ihr denn für Pfosten? Er ist nicht unverwundbar Er hat Schaden bekommen Du Er hat sich um Er hat sich um Zugang bis zum Um Ich werde den FG-N-Ton mit demen Gehen geben. Wenn ich den FG-N-Ton behalte, kann ich auf den FG-N-Ton behalte. Wenn ich den FG-N-Ton behalte, dann würde ich den FG-N-Ton loswerden. Ich werde den FG-N-Ton nicht, dass ich den FG-N-Ton nicht kenne. Das ist alles, eine Art FG-N-Ton. Ich werde es bleiben. Ich werde das FG-N-Ton verteilen. Das ist mein Ziel! Ich bin der Karrer, der Karrer ist, was ich steuert. Entschuldigung? Das ist das Tor, der Karrer hat sich nicht geholfen. Er ist nicht so schlecht für die Karrer. Das ist das Tor, der Karrer in der Karrer auf dem Karrer und der Karrer schrägte. Aber dann muss ich das Tor, der Karrer schreit. Der Karrer hat sich immer wieder geholfen für die Karrer. Warum sind wir jetzt gepflichtet, Alter? Wir hatten doch den gut Schaden gemacht. Wir haben zwar jetzt nicht ultimativ viel Schaden gemacht, aber trotzdem. Ha, cool. Endlich mal wieder eine Zwischensequenz in Sword Art Online Fatal Bullet. Die ging zwar nur gefühlt zwei Sekunden, aber... Hey! Es gab noch eine Zwischensequenz. Das darf man nicht vergessen. Es gab mal eine Zwischensequenz. Selbst wenn das Spiel in 50 Jahren vorbei ist, werde ich immer sagen, es gab eine Zwischensequenz im Spiel. Es gab eine Zwischensequenz. Also, dass sie nicht möglich sind, dass sie nicht möglich sind. Es gab es auch so. Das war's für heute. Nein, ich glaube, dass die Hp-Gage 0 ist, was ich nicht mehr als Hp-Gage verletzt. Ich bin wieder aufgeregt, Kirito-kun. Du hast auch eine gute Arbeit gemacht. Danke, Asuna. Du hast schon gehört. Ich bin wieder aufgeregt. ... Ich habe alle Sachen, ich habe alles mitgebracht. Dann haben wir einen Passwort oder eine Karte. Ich habe schon gesagt, dass Aphasis der Karte ist. Ich habe schon viele Spieler mit Aphasis-Fluge in den SBC-Fluge. Es gibt viele Spieler in den Karten. Ich habe das Problem. Aphasis, du hast vergessen, was du? Entschuldigung. Master... Aくまで, 情報収集の責任は 自分にあると言いたいんだね 確かに NPCにミッション失敗の責任を負わせるのは 筋違いだ 原因の究明も大事だけど 次の挑戦のことも考えようぜ そうだな 一度街で情報を集めてみようぜ 俺のかわいいタイプBちゃんなら Ich weiß nicht, was ich wissen? Du bist noch? Ich kaufe die Internet-Suche. Ich habe es auch so viele Informationen. Ich bin auch wenn du, wenn du dich nicht mehr wissen kannst. Er ist ein Friugel-Friugel-Friugel-Friugel-Friugel-Friugel-Friugel. Ich bin, wenn du dich versuchstest, kann ich dir das auch. Sbc不流グルに入っているプレーヤーの数から考えて ピントとなる情報はもう出ている可能性が高いですね 情報屋に聞いてみるのも一つの方法かもしれない 料金がほどほどならだけど こうしてみるとレイちゃんだけに頼りすぎていたかもね これからは自分たちでも情報を収集しましょう そうねレイちゃんもあまり気にしちゃ あれ ... ... ... ... ... Bist du schon? Ich glaube, ich bin mir verletzt. Ich bin so schwer, wenn ich mich nicht so leid mit mir schraubt. Wenn ich mich am anderen tun habe, dann bin ich tot. Wenn ich so ein bisschen so leid, dann fange ich mich hin. Er ist ein Mensch, aber der Mensch ist ein Mensch. Er ist ein Mensch, ein Mensch, ein Mensch und ein Mensch. Ich habe mich nicht so leid, aber wenn ich mich nicht so leid, dann kann ich mich wieder versuchen. Ich will mich, dass ich das nicht so leid. Das war's für dich. Oh je, Lala ist verschwunden. Das ist natürlich nicht so gut. Fünde dein AFA-System auf der SB-Glocken. Ich denke mal, das wird mit Sicherheit gleich draußen passieren. Genau. Aber ich würde jetzt erstmal die Folge beenden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir werden in der nächsten Folge eine kurze Folge machen. Dann werde ich einen kurzen Schnitt machen und dann halt leveln. Aber jetzt, wie gesagt, noch nicht leveln, dadurch, dass wir halt jetzt gleich eine Zwischensequenz bekommen. Vielen Dank für's Zusehen. Bis dahin und ciao. Euer Flui.